Ja, servus meine Freunde, willkommen zum neuen Marvel Strike Force Video und ich habe mir überlegt, da ist doch die ein oder andere Nachfrage zu Team, wie bin ich an die Charaktere gekommen, manche ernst gemeint, manche getrollt, darum dachte ich mir, mache ich einfach einmal die Woche ein Wie ist mein Stand-Video. Ihr seht, aktuell Level 53, also noch immer im Early Game, aber die Einheiten kommen so nach und nach rein, da man sich ja schön konzentriert bei Marvel Strike Force auf die Einheiten konzentrieren kann. Und ihr seht, gerade eben habe ich beschworen, Graviton und Logi, habe ich im Video davor quasi rausgeholt, Graviton gab es jetzt die Vorian Blitz, da bin ich unter die Top 1 bis 5% gekommen, das heißt, es gab nochmal 45 Shards extra und Logi habe ich aus einem Orb die letzten Teile bekommen, dass wir den schön zusammen beschwören konnten und jetzt gucken wir mal, was sonst so passiert ist. Ich gehe nochmal einmal durch, wo die Helden denn herstammen oder wie ich an die gekommen bin, dass man das quasi so am ersten Video einmal gemeinsam durchzieht. Kestrel, 4 Sterne, gab es jetzt natürlich im Free-to-Play-Event, also ich konnte sie auch 4 Sterne bisher erfahren, mehr wird auch nicht drin sein, weil die Hard-Kampagne konnte ich nicht spielen und die 3 roten Sterne kriegt man ja auch, wenn man die Kampagne durchgespielt hat, also, oder das Event durchgespielt hat. Und darum einer meiner stärksten und einer der besten Charaktere im Game, Silver Server, weil jetzt ist mal im Season Pass drin, und Black Widow, wo ist er, Captain America, Hawkeye und ich glaube Quake und Jojo, das ist das Shield Pack, was man für 1999 kaufen kann, das hatte ich mir direkt gekauft. Am Anfang hatte ich ein paar englische Tutorials geguckt, was so das beste Team ist für einen Einstieg, was einen Smooth da durchlaufen lässt und da hatte ich mir das Pack geholt. Mittlerweile sind die alle auf 4 Sterne. Thor ist ja der Einführungsheld, den hat man auf 2 Sterne, bekommt man den, und ich hatte ihn dann auf 50 von 55 Shards, und jetzt gab es in einem Store ihn für 5, also 5 Shards zu kaufen, dass ich ihn auf 3 Sterne machen konnte. Sehr nice, Thor ein recht cooler Charakter mit auch seiner Fähigkeit, finde ich den richtig klasse. Und natürlich haben wir hier noch Hulk, der ist die Leather-Belohnung, da habe ich auch noch gerade, fällt mir ein, eine einzufohlen. Hier ist der Liga-Erfolg, hier gibt es Hulk-Splitter für den 8. mystischen Charakter, das ist bei mir jetzt der Loki gewesen. Und somit haben wir dann 175 von 130 Hulk-Splitter. Ich hoffe, dass da noch die eine oder andere in der Leather kommt. Ja, also an sich, ich konzentriere mich auf, klar, Castwell und Silver Surfer, das sind einfach 2 super gute Einheiten, und auf mein Avengers Wave 1 Team, also mit Black Widow, Hawkeye, Thor, Hulk und Captain America. Hier habe ich auch noch Iron Man, der ist ja einer der legendären Helden, den man mit einem Full-Shield-Team bekommen kann und auch jetzt noch weiter aufleveln kann, wenn man das Full-Shield-Team auf 4 Sterne hat. Da fehlen mir noch 2 Einheiten dazu. Aber Iron Man ist, ich glaube, würde mal sagen, der schlechteste Wave 1 Avenger. Finde ich ein bisschen schade, weil Iron Man ist schon extrem cool. Also 10 mal cooler wie Hawkeye. Also jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, darum will ich da gar nichts sagen. Aber ich hätte lieber einen Iron Man wie einen Hawkeye im Team. Aber Hawkeye und Black Widow haben gute Synergien zusammen. Das ist quasi mein Heldenteam. Das kombiniere ich, also entweder die 5 First Erste Welle Avengers mit Silver Surfer und Castwell und auch mein Shield Healer. Irgendwie kombiniere ich mir das dann immer für die Heldenkampagnen. Für die Schurkenkampagnen habe ich mir ein Sinister Six Team erfarmt. Hier ist Shocker, hier ist Swarm, Mysterio, Vulture. Und mittlerweile spiele ich statt Vulture aber Elektro. Und hier mein Tank Rhino. Ist leider meine schwächste Einheit. Da fehlt mir immer dieses Ding, dieses Krempel. Das brauche ich an so vielen Einheiten. Aber gut, erfahre mich mir und gucke, dass ich die auch als Schurken höher fahre. Also das ist das, wo ich mich jetzt drauf konzentriere. Was haben wir denn dann sonst noch neu bekommen? Das ist einmal die Nachtschwester. Die kann man ja auch in der Stage erfahren. Ist eine super gute Healerin. Darum habe ich mir die relativ früh geholt. Dann habe ich Daredevil, habe ich mir im Shop zusammengekauft. Also 350, ich glaube Blitzcredits kostet der jeden Tag. Und dann habe ich den erst mal geholt, dass ich einmal ihn halt für Shadowland oder halt für die Defenders einsetzen kann. Ansonsten, genau, Miss Marvel will ich noch hochkriegen auf ein paar Sterne. Die ist halt auch, finde ich, sehr nice. Und jetzt kommen wir hier unten zu dem Kram, was neuer ist. Polaris ist ja im aktuellen Season Pass drin. Shatterstar, ich hatte einen Mega Orb, also die gelben, die größten Orbs, mir zusammengefarmt. Und da die Shatterstar ist da drin. Shatterstar ist ja ein X-Faktor-Held und ein richtig guter Damage-Dealer. Wir brauchen noch so einen Kompagnon dazu. Den habe ich noch nicht, aber es ist schon mal schön, einen von beiden zu haben. Die sind, ja, da ist ja nicht so leicht dran zu kommen. Kree-Königswache, auch die habe ich mir im Shop erfarmt, weil ich ja ein Team aus den Kree-Schergen mal haben möchte. Und das sind exakt fünf Stück. Damit kann man sich nämlich Nick Fury dann erfarmen. Gehen wir mal ganz kurz, dass ihr wisst, was ich meine, wenn ich davon spreche. Also hier sind die Kree, da kommen eine ganze Menge. Und für den Nick Fury braucht man Kree-Schergen. Und da gibt es fünf Stück. Außer das Kree-Orakel kann man die sich alle schön in den Shops, wo ich gerade bin, erfarmen. Darum hole ich mir die vier schon mal, um dann halt relativ zeitig mir Nick Fury zu holen. So, Moment, Filter raus, wieder alle rein. Ja, und natürlich baut man sich so automatisch mit einem Defender-Team. Defender sind ja auch hier Luke Cage. Da hat man gesagt Daredevil, dann ist es Iron Fist. Und wen vergesse ich? Hier, Jessica Jones. Alles Netflix-Serien, sowohl die Einzelserien. Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage kann ich empfehlen. Als auch die Defender-Serie kann ich empfehlen. Da sind echt sehr schön anzugucken. Auch hier, wenn ich Craig gerade sehe, ist, glaube ich, auf Disney Plus gab es die Inhumans. Eine gar nicht so bekannte Serie. Die wird auch noch mal neu aufgerollt, jetzt so im MCU, habe ich gehört. Die Inhumans damals liefen nicht so gut, aber ist auch trotzdem eine tolle, tolle Serie zum Angucken, wenn man Disney Plus hat. Wo waren wir hier stehen geblieben? Genau, Loki kam heute dazu. Den hatte ich schon irgendwann auf drei rote Sterne gezogen. Graviton hatte ich erzählt. Da konnte man ja im Blitz sich Shards erspielen. Und noch mal, wenn man unter die Top-Rankings gekommen ist, dann hat man ja noch mal einen extra Batzen Shards gekriegt. Und da ich 1 bis 5 Prozent war, also das ist noch nicht top, noch lang nicht, aber habe ich noch mal 45 extra Shards bekommen. Und so konnte ich ihn mir auf drei Sterne holen. Hier, genau, Wasp hatte ich noch bekommen. Bullseye habe ich mir auf der Karte freigespielt. Also ich versuche jetzt erst mal grundlegend die meisten Helden frei zu spielen, um dann zu gucken, auf wen ich mich konzentrieren will. Hier sieht man auch der Revenger Peruser Mystique. Mystique ist halt ein Shopheld oder in so einem Level, wo ich noch nicht hinkomme. Den Revenger Peruser, den wäre ich jetzt früher oder später voll haben. Dasselbe mit dem Scharfschützen. Die Minerva, die hätte ich sehr, sehr gern. Tolle, wichtige Einheit für später. Und auch hier, das sind so Einheiten, Ronen der Ankläder und Korat der Verfolger. So Sachen, die nicht weit weg sind. Scarlet Witch, die kann man sich auch noch erfarmen, also im Shop holen. Und alles andere wird dann noch so ein bisschen schwerer heranzukommen. Aber da, guck mal mal, also das ist so mein aktueller Stand. Und wenn wir mal vom Level gucken, sind auch die Händeln, die ich halt spiele. Die First Wave Avenger sind auf meinem Level, okay, ich bin gerade auf 53 aufgestiegen. Das heißt, da sind sie noch nicht so trainiert. Aber das werde ich dann demnächst machen. Und die Sinister Six habe ich auf Level 50, also zumindest die 5, die ich spiele. Alles immer auf Top Level zu machen, ist so teuer. Darum bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Und ihr seht es auch hier bei denen ersten 6 Helden. Da bin ich auch schon auf Tier Level 9 ist das. Klasse 9, genau. Mit dem violetten Kreis drumherum. Da versuche ich, dass jetzt erstmal alle, auch wieder alle First Wave Avenger und auch die Sinister Six drauf kommen. Gucken wir mal. Da muss ich noch ein bisschen farmen, um die ganzen Materialien zu bekommen. Das hängt an der einen oder anderen Stelle. Gut. Was haben wir denn sonst noch? Was sind tägliche Ziele? Hier habe ich nochmal im Strike Pass. Den habe ich durchgespielt quasi. Genau hier hatte ich den Mega Orb herbekommen. Und auch halt Polaris. Gucken wir mal. 2x100 Energie habe ich hier hinten noch irgendwo, die ich noch verwenden kann. Aber da habe ich ja noch ein paar Tage Zeit. Gut. Dann gucken wir mal so vielleicht kurz durch, was die Kampagnen und alles machen. Ich bin in einer Allianz. Das ist eine Random Allianz. Also eine deutschsprachige Allianz. Aber da wird nicht viel gesprochen. Mein Allianzleiter, der greift immer fleißig an. Und noch der eine oder andere hier. The Man Ace hat zwei Accounts im Team. Und ich greife an, dass wir hier immer unsere Punkte kriegen. Und dann manchmal noch der eine oder andere. Und irgendeinen Raid machen wir halt immer. Das ist ganz nett. Aber da sie nicht so sehr aktiv sind, suche ich mir früher oder später eine neue Allianz. Aber für jetzt ist es, glaube ich, erstmal in Ordnung. Und hier bin ich ja allein drin. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was zu tun, um hier freizuschalten. Mal gucken, wie viel Energie ich da noch bekomme. Oder wie schnell sie sich regeneriert. Ob ich die Stage allein clearen kann. Gut. Dann haben wir, ihr seht es, 53 bis jetzt hier neuer Content freigeschaltet wird. Das dauert noch. Ob benötigte Allianzstufe mit Allianz kriegen. Da sind wir weit davon weg. Tipp, wer in so einer Standard-Allianz ist, trotzdem immer die Allianz-Spende zu machen. Hier die für 10.000. Gibt nämlich ganz coole Daily-Belohnungen dafür. Dann Blitz. Blitz ist eigentlich, finde ich, den genialsten Modus. Und ich freue mich schon, wenn der Blitz-Simulator dann freigeschaltet ist, dass man nur noch Knopf drückt. Das finde ich sehr nice. Das war jetzt beim letzten Event, konnte ich schon mal das machen. Aber der ist erst ab Level, steht hier gar nicht. Bei, hier würde ich jetzt mal sagen, das ist ein Team, was wir durchaus mal spielen können. Auch wenn sie stärker sind. Darum steht auch hier in der Mitte Gefahr. Aber das ist so mein, mein Kestrel-Team und Kestrel mit einer Healerin nebendran. Ist schon recht nice. Also die Healerin brauche ich meist nicht. Aber die, die kauft mir einfach Zeit, weil sie auch wiederbeleben kann. Zu 10% zwar nur, so random mäßig. Aber das ist schon trotzdem cool. Und so habe ich sieben Blitz-Teams. Die ersten 3, 4, die sind halt nur so alle Handmitglieder, also Einheiten und die halt noch nicht aufgelevelt oder so. Aber die letzten 3 Teams sind dann auch die, die ich dann gut spielen kann. Und darum komme ich auch relativ, zumindest für meine anfänglichen Verhältnisse, recht hoch. Ah, das dauert hier immer so lange, wenn ich das über Bluestacks spiele. Bluestacks-Links packe ich wieder drunter. Hilft natürlich dem Channel, wenn ihr da weiterleitet. Ähm, äh, weil weiterleitet, runterladet. Und, ähm, ich kann das Spiel nur empfehlen. So. Ich würde mal sagen, wir klotzen Kestrels A, also diese daneben rein. Dann hat sie schon mal die 2 Helden weg. Dadurch, dass halt ich einen super starken, einen mittelstarken und 3 fast untrainierte habe, ist das Gegnerteam halt immer genauso eingestellt. Und, ähm, ja, wenn man dann hier auch die Synergie-Effekte dann kapiert hat, dann ist das schon nice. Hulk ist noch easy, äh, Cable ist mal dick. Darum würde ich sagen, machen wir Hulk schnell weg. Ähm, Kestrels passive ist ja... Ne, hier, ah, Kacke, das ist ja doof. Eigentlich müsste ich jetzt hier den, den, wie heißt die Attacke eigentlich, Dimensionsangriff auf Cable machen. Aber dann machen wir erstmal mit Hulk den A1. Ähm, greifen noch ein bisschen an. Hier können wir probieren zu healen, weil vielleicht haben wir Glück und beleben wieder. Ja, sehr nice. Und, ähm, wow, Cable geht gegen Dings, gegen Kestrel. Jetzt machen wir die AOE. Und das Gute ist, die macht auch gleich ein Defense Down drauf. Und die passive von, äh, Kestrel ist, wenn irgendjemand einen Held mit Defense Down angreift, macht sie automatisch nochmal eine Passivattacke und, äh, ballert auf denjenigen nochmal mit drauf. Und wenn man darum geschickt spielt, dann ballert Kestrel jede Runde drauf, wenn da ein, äh, ein Hit ist, also ein Defense Down ist. Und das ist sehr nice. Diesmal haben wir den Blitz mit der Wissenschaftsexpertin. Ich konnte jetzt heute wegen Arbeit nicht so viel spielen, aber ihr seht es, Meilenstein 20, den kriege ich noch. Dann kriege ich wenigstens nochmal die 5, ähm, und dann mal gucken, ob ich, ich denke, dann werde ich es nicht in die Top 5% schaffen. Ähm, aber trotzdem auch danach kriegt man ja noch, können wir mal hier gucken, Belohnungen, Platzierbelohnung, genau. Sonst war ich immer hier, hab, äh, 45 gekriegt und wenn ich hier mich bewege, kriege ich nochmal 30 Shards. Und es langt nicht, um sie zu kriegen, aber man hat halt schon mal dann 80 Shards von ihr. Wenn ich das hier bekommen würde, dann wird es nicht ganz lang, aber ich glaube, die kriegt, kann man auch irgendwo erfarmen. Und dann müsste ich nur ein Ründchen da laufen, um mir einen neuen Held freizuschalten, was sehr nice wäre. Was haben wir denn sonst noch? Kampagne, ähm, also wie gesagt, Kestrel kann ich die einfache spielen, kann ich die mittlere spielen, aber da bin ich jetzt schon eigentlich durch. Hier gibt es keine Punkte mehr. Hier gibt es noch zwei Stationen, wo ich Punkte farmen kann. Das ist nicht so viel und die harte geht erst ab Level 58 und fünf Reisende, die hätte ich sogar im Angebot, aber Level 58, da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Die normale Heldenkampagne, ich mache jetzt heute mal so einmal einen Durchlauf, bin ich durch. Das geht erst weiter ab Level 70 und glaube ich, die Schurkenkampagne muss ich da dann durch haben. In der Schurkenkampagne habe ich noch ein paar Stages vor mir. Da dachte ich eigentlich, dass ich fertig bin, aber war ich einfach noch nicht und darum prügele ich mich hier so nach und nach weiter. Momentan gucke ich aber eher, dass ich heldenfrei schalte. Selbe gilt im Nexus, da bin ich bei fünf. Da habe ich auch noch ein Busy, was zu spielen. Hier die nächste Stage geht erst wieder bei 58 weiter, aber die Stage kann ich hier noch durchmachen. Wenn ich Lust und Laune habe und kosmische Konflikte, auch die haben wir schon freigeschaltet. Hier müssen wir, also hier könnten wir dann auch weiterspielen. Hier muss ich aber noch diese Stage clearen. Die kostet 20 Energie für Stature. Das will ich glaube ich nicht machen, das habe ich letztes Mal nicht geschafft. Da war, achso, das ist so einen, wo du bis zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein musst. Da hatte ich noch zu wenig Damage. Und da die so viel Energie kostet, mache ich die irgendwann weiter. Ansonsten würde ich mal sagen, Arena, da tummel ich mich in den, ich wollte gerade sagen, Top 50 rum. Jetzt bin ich aktuell 77, aber da kann nicht Top 50 sein. Je nachdem, ihr seht, die meisten spielen ein ähnliches Team wie ich. Da findet man schon immer so die eine oder andere Lücke, die man mit halt so einem Castwell Silver Surfer Team dann schon zerstören kann. Darum habe ich auch sehr viele von diesen Arena Geld Tokens, weil ich halt da recht solide oben in meiner Liga mitspielen kann. So, uns läuft hier halt noch das Meilenstein Event mit den neuen, ähm, mit, nicht neu sind die ja nicht, aber mit, mit Ausrüst, äh, mit, mit, wie sagt man, Skins, sagt man. Ähm, ja, ich bin nicht so der Skin begeistert. Ich würde halt das eine oder andere einfach mitnehmen, was es gibt. Durch das Nick Fury Kostüm, was ich befürchte, dass ich es mir nicht holen kann, weil ich halt jetzt keine Punkte mehr habe, die ich abfarmen kann. Nur die zwei offenen Stages, das Nick Fury Kostüm gibt es ja auch in der Castwell Kampagne, fehlen mir noch 2000, äh, Credits. Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen, aber die sind halt nicht verloren, sondern die werden umgerechnet in die normalen Kostüm Credits, ähm, dass man dann halt, äh, ja, genau, äh, die werden quasi in diese umgewandelt und dann kann man versuchen, irgendwann sich halt mal ein Kostüm zu holen. Ich finde das Thor Kostüm ganz nice, für 25k ist es auch das Billigste, also vielleicht würde ich mir das irgendwann mal mitnehmen. Warten wir mal ab. So, jetzt würde ich aber mal sagen, ich habe jetzt euch mal eine komplette Zusammenfassung gegeben. Oh, guck mal, nice. Ähm, eine komplette Zusammenfassung gegeben zum aktuellen Stand. Nächstes Mal wird die nicht so lang, äh, dann sein, aber mindestens mal die neuen und relevanten Punkte werde ich euch zeigen. Und, ähm, ja, das seht ihr halt, wenn ihr immer fleißig blitzt oder fleißig Arena spielt, kriegt ihr halt viel Tickets und dann kann man sich über ein paar Tage zusammen mindestens mal die Helden freischalten. Ähm, heute bin ich dabei, Gamora freizuschalten. Da habe ich gehört, da kommt ein Rework. Und, äh, ich bin noch dabei, wen hatten wir hier in dem Store noch? Die Kree-Königsware hatten wir jetzt schon. Für das Kree-Team. Hier hatte ich doch noch einen. Wollte ich eventuell Rhino weiterbauen? Und ich glaube, dass ich den als mein Tank im Sinister-Six-Team, ähm, als erstes hochbekomme. Also, hier gibt's nix, was uns interessiert. Hier sind aber zwei Ops. Okay, irgend welche. Und, äh, hier sind nochmal die 7000, ähm, Dingsbums Geld. Hier überlege ich Crystal. Crystal ist ein Inhuman, äh, ich glaube die Tochter von Black Bolt. Ähm, und, äh, ja, auf jeden Fall wollte ich hier Skalzen. Scarlet Witch mir holen. Ihr seht, 32 von 45. Heißt, in zwei Tagen hätte ich Scarlet Witch frei. Und auch Quake wollte ich auf die nächste Stufe bringen. So. So viel dazu. Und ich denke, wenn ich Quake auf die nächste Stufe habe, mache ich mich an Crystal. Und, ähm, ja, jetzt würde ich mal sagen, habe ich euch lange genug vollgequatscht. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen oder ein nettes Kommentar. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, macht's gut. Und bis dahin. Und bis dahin.